Naja, nicht ganz original, zu sauber. Das ist aber wirklich so, oder? Da fehlen die Junks. Da fehlen so ein bisschen die... Der Uringeruch fehlt da auch. Hier wäre so die Ecke. Hier würde es so ein bisschen riechen wahrscheinlich. Irgendwo. Hier würde irgendwer sitzen, weil hier so ein bisschen Wind gesichert ist. Glaube ich. Kriege ich mir gut vorstellen. Also wäre ich ein Penner, würde ich mich hier hinlegen.